Das NRW-Forum war immer traditionell das Zentrum hier für das Go-To-Weekend. Ich möchte mich da auch noch mal herzlich bei Frau Wenzel und Herrn Lippert bedanken. Die sind ja die Mitbegründer des Foto-Weekend und haben das wesentlich mit auf den Weg gebracht. Eine Party wieder im NRW-Forum mit Rusty Egan aus London von Blitzclub. Da bin ich ganz stolz. Die beiden Lacken. Ja, gell? Zusammen geht mehr, gell? Ja, das ist ja ein richtiges Leben und Erfolg. Die kriegen ja recht. Ja, das ist sicher der Schritt in die Richtung, gar keine Frage. Eine tolle Sache, eine tolle Fortsetzung der Sachen, die wir hier haben. Es wird auch weitergehen. Wir haben ja jetzt zunächst mal den Ratsbeschluss, dass wir in diesem Jahr 250.000 Euro zusätzlich von der Stadt Düsseldorf bekommen. Was? Ja, das ist sicher. Jeden Grad. Fähig. 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 Das war's für heute. Du und Michaels und die Zeltbank Heimat. Und morgen, am Freitag, eröffnen die Galerien. Ein tolles Programm. Die Düsseldorfer Galerien eröffnen. Die Kunsthalle eröffnet mit Mareike Vandedamm. Und abends gibt es eine Party wieder im NRW-Forum mit Rusty Egan aus London von Blitzclub. Da bin ich ganz stolz. Auch die Düsseldorfer Musikszene wird kommen. Wir haben vorher ein kleines Abend erst mit Kraftwerk, mit Rusty Egan, mit Storch. Das ist super toll. Da freuen wir uns sehr. Ja, wunderbar. Und ich sehe hier auch eine sehr junge Klientel. Richtig. Und das ist ja auch eigentlich sehr wünschenswert in der Museumsszene. Unbedingt. Wir haben am Samstag, liebe Frau Schädler, das Portfolio auf der ersten Etage. Das ist ganz toll organisiert. Viele junge Künstler, ganz international, wirklich von der ganzen Welt, sind eingeladen und sind auch prämiert worden, hierher zu kommen. Wir werden an einer hochkarätigen Jury zeigen ihre Werke innerhalb von sieben Minuten. Wir haben eine Kuratorin aus Italien, wir haben einen Kurator aus England, einen aus USA, den Herrn Jansen aus Düsseldorf hier auch mit dabei. Wir freuen uns sehr, die Enrika Vigan und die Kuratorin auch von Dwayne Michaels ist mit dabei. Ja. Und das ist ganz toll. Es gibt eine schöne Publikation auch zu diesen jungen Künstlern. In Arte sponsert das Projekt mit einem Geldpreis und außerdem mit einem Film für den Preisträger in Arte anschließend. Dann haben wir als weiteres Event den Magazinsalon. Das ist auch super klasse. Es sind 50 internationale Magazine, die sich oben im ersten Stock präsentieren. Die Verleger kommen selber und die Gäste haben also die Gelegenheit in diese wunderbaren Fotos. Die Deutschlandfamilie, da bin ich sehr stolz drauf. Mit Dwayne Michaels, mit dem Film der Camille Gouchard kommt auch der Regisseur aus Frankreich. Und das war natürlich in der Kunst das NRW-Forum. Und das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn Sie einen adäquaten, neuen NRW-Ship fielen. Ja, wir brauchen einen neuen Leiter. Leiter? Das machen wir jetzt, suchen wir, sind ja schon dabei und ich hoffe auch, dass das funktioniert. Soll es weitergehen, wirklich mit Fotografie, mit Design, mit Werbung, Architektur und das, was das Haus ausmacht und das Leben. Ja. Also auch viele junge Leute hier hinzukommen, etwas anderes zu haben als das Klassische. Ja, das ist wunderbar. Dankeschön. 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 Yes. Dankeschön. 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 Das ist sicher der Schritt in die richtige Richtung, gar keine Frage. Eine tolle Sache, eine tolle Fortsetzung der Sachen, die wir hier hatten. Und ich bin schon überzeugt, dieses Jahr ist die Finanzierung stetig. Ich gehe davon aus, dass wir bald interessante Bewerbungen hier haben für die Führung des Hauses. Und dann gehe ich davon aus, das wird mit Schwung auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gehen. Also Düsseldorf ist ja eine Stadt, die durch Fotokunst bekannt ist mit der Fotokunst. Also ich finde, das ist doch etwas, was man als Aushängeschild mitverwenden kann. Ja, natürlich. Aber ich fand die Mischung, die wir vorher hatten, auch ganz gut. Dass eben manchmal Mode, manchmal solche Sachen, also ruhig, sehr beweglich. Wie gesagt, wir haben uns ja auch nicht so festgelegt, sondern haben gesagt, wir wollen jetzt mal sehen, wer kommt als Leiter hier hin. Der muss ja auch seine Idee mit reinbringen. Sie können ja nicht jemandem das aufschreiben und sagen, so, so, du musst es machen und du sollst das jetzt machen. Wir wollen ja schon jemanden haben, der so kreativ ist, dass er auch irgendwas, neue Akzente findet. Ja, der muss ja auch einen gewissen Freiraum haben. Ja, natürlich. Und davon gehe ich einfach aus, dass jemand kommt mit neuen Akzenten, neue Ideen. Die Führung bisher zwar exzellent gab, keine Frage, braucht man sich nicht darüber zu unterhalten. Aber ich kann ohne weiteres verstehen, dass auch ein Kreativer irgendwann mal sagt, ich möchte was anderes machen. Ja, man kann ja nicht ein Remake machen. Und das hat Lippert gemacht und hat gesagt, ich möchte nochmal irgendwas anderes machen. Und wir wollen ja nicht irgendjemanden, der jetzt das braucht für von Lippert, sondern wirklich auch jemanden mit neuen Ideen brauchen wir. Und vor allen Dingen für junge Leute. Ja, natürlich. Sie sehen hier sehr, sehr viele junge Leute und die hätten ja gar keine Heimat mehr im Museum. Ja, so ist es. Das ist ja was, die interessiert. Ich würde es nicht ganz so hart sagen. Also, wir versuchen schon in vielen Museen auch was für jüngere und jüngere Erwachsene zu machen. Aber das war natürlich hier ein Haus, wo wirklich Leute eben ans Museum herangeführt wurden. Und das müssen wir machen. Ja, auf jeden Fall. Schön. Bin ich ziemlich zuversichtlich. Gut, danke schön. 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 Danke schön.